Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception ja wir sind erstmal hier stehen geblieben auch in Conflict of Nations sag ich das immer wo es falsch ist wir müssen jetzt zu diesem Schiff was eigentlich noch intakt ist obwohl naja so schön sieht das Schiff gar nicht aus muss ich sagen halbisch schöner gesehen aber intakt ich meine jetzt die wenn jemand sich die anderen sieht da kann man sehen dass das auf jeden Fall sehr schön ist Jo alles klar mit der Pistole auch das ist ein oi toll verdient oh nein bitte nicht aus ein da� San recognize alsoiras und das Red wissen wir jetztares wie ich bin die kleinen Piraten mir ratten am》 damals gespielt der mobil die ich glaube sehr viele piraten ausschlächer yo 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 okay ich gehe mal ein bisschen runter da ist ein sniper aber meine piraten waren viel viel netter muss ich ganz ehrlich sagen ich muss als erstes den sniper töten da geht kein weg dann vorbei wo ist der jetzt so jetzt sehe ich den sniper der ist auf einem anderen fenster gewesen der schmeißt ja granaten hoffentlich nicht treffen okay ich habe irgendwie in den guten einen guten schutz ist er tot ich glaube er ist tot ja das kann sogar ganz ganz wohl sein dass ich ihn da vorher mit diesen schüssen getroffen haben radikal okay perfekt die gemälde war besser die gemälde war besser mist ich wusste nicht genau welche waffe ich dabei habe jetzt okay ist wieder gut okay ein bisschen vom kurs abgekommen sind wir schon okay wir sind also wir sind tot gewesen wo muss ich denn hin dort rüberspringen ich glaube schon perfekt auch nicht hast du sowas ich bin es also ich hatte solche dunklen gänge und dann noch gegner das ist also ist auf nicht so schön hier kommt hier sind selten wo gegner gleich wenn ich hier die tür aufmache okay vielleicht auch nicht hier muss man jetzt okay ein sturm zieht auch wie ich sehe oder sonst ist morgen die haben heißen der heißt er amts ist ich glaube ich habe mir das nicht gemerkt habe ich habe es gelesen dass der rams das heißt und bei der schwarze 4 gibt es auch so einen oh hi beim multiplayer charakter okay der ist weg immerhin haben wir einen so leise eliminiert weil ich glaube hier kommen noch mehr irgendwo okay perfekt der ja boah okay hat er sich ne der lebt noch so wie geil die geile bitte springung ich bin ich bin mir wirklich nicht sicher ob wir heute mit dem piraten fertig werden aber ich glaube nicht ich glaube da gibt es noch ein paar parts ähm von wo schießt er bro von wo schießt du kannst du mir das bisschen sagen ich check einfach nicht von wo der grad schießt ne also raue see kapitel 13 hast du wir haben schon das nächste kapitel ich komme aber hinter mich Junge was ist das noch für einer die karl ist jetzt nicht die beste waffe muss ich sagen quillten die gemälde besser wieso gibt es eigentlich irgendwie überall etwas zu verstecken hier kommt safe noch irgendjemand deswegen ist es ja da zu verstecken so ein richtig fetter fight kommt dann gleich glaube ich was ist das denn eigentlich für eine raue das ist so eine diese see ist gerade ohne mal krass wie soll ich mir das hier runter kurbeln ich muss es doch irgendwie runter kurbeln oder ja rauf kann ich nicht leider ja aber runter kurbeln kann ich das ja doch hier ja ja ich muss gar nichts machen er macht automatisch hier war rams das doch gerade noch wir könnten vielleicht einholen die euro auch war jetzt mal schiefgegangen mit sagen nein er hat jetzt einfach ab der hoch was soll ich denn jetzt machen ich komme nicht hoch wo soll ich denn hoch bitte der kann der nicht hochklickern was denn mit ihm passiert nein eine granate können wir schon werfen machen wir mal nach oben ah ne die ist zu da war da machen wir es ja mal so das klappt glaube ich nicht so ganz nein das klappt nicht so ganz naja ich werde da hoch was macht der denn was war der Tipp ich habe keine kalmunition mehr was war der Tipp ich habe es nicht gecheckt ich habe den Tipp ernsthaft nicht gecheckt ich habe es nicht gecheckt ich habe es nicht gecheckt aua oh nein oder nicht bitte bitte nicht abfahren wo 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 und wo 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 Oh Gott, ich bin drauf. Jetzt kommen hier weitere Gegner, es gibt sie wohl nicht. Acht Minuten Liter Fahrt ist ja krass. Ich habe Angst, ich habe so Schüsse, dass ich mich jetzt immer drückt, der Typ da oben sieht auch gefällig aus. Ah, Somali-Pirat, Mist. Okay. Hä? 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 Oh, toll! Oh, toll! Keine kalm nicht schon mehr. Ja! ich hab ich hab meine Waffe verloren gib mir die yo nein ich bin tot scheiße hätte ich glaube ich hätte aufs andere Boot rüberspringen müssen ähm ok ich würde mal weg gehen hä was war denn das jetzt ich backe hier das ist ja voll verbargtes Teil oh ne nicht du diese raue See macht mich auch wahnsinnig ok sein Helm ist weg Mist stirbt Digga wie viel hält denn der Typ aus endlich Junge die hat mich ja die ganze Munition gekostet ich mach noch ein bisschen weiter Leute wird der Part halt länger und jetzt noch eins was soll ich jetzt machen ich glaube ich muss die ausschalten toll ja aber wie soll ich denn an das Boot springen ich bin am Arsch glaube ich das Boot brennt hier das gefällt mir ok ok nee boom und wir brauchen noch etwas ok wir haben noch mehr ich habe jetzt sehr sehr spät gecheckt äh ok ich glaube jetzt können wir aufsteigen alter auf kreuzfahrt das das Boot ist auch weg so wo es jetzt eigentlich Ramses ich glaube der muss hier irgendwo sein na gut Leute hier machen wir einfach das nächste Mal weiter bei letzten Wochen anschauen 3Drakes Deception einfach zwei Kapitel ein ganzes Kapitel in der Folge krass gut Leute dann war es das hier mit dem Video bis dann ciao 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 ciao